Und im finsteren Kontrollraum von Widerlos geht es weiter in Part Nummer 18 von Toonstruck, liebe Leute. Ja, dank der guten Missgunst, die wir geschafft haben mit unserer Sonnenbrille, sich selbst... Warte, Moment, das ist kein richtiges Deutsch. Äh, sprechen wir es heute auch wieder. Super, gerade mal angefangen und ich kann wieder nicht reden. Super, ganz klasse. Ähm, ja, wir haben es im letzten Partjahr geschafft, dass Missgunst sich selbst hypnotisiert hat. Wir haben halt unsere Sonnenbrille benutzt und haben dadurch es geschafft, sie selbst zu hypnotisieren, sodass sie halt alles tut, was wir wollen und sie hat ja uns diese Tür geöffnet. Und wir müssen jetzt diesen Kontrollraum ein wenig näher unter die Lupe nehmen. Wir kommen dem Ende immer näher, Leute. Und da ist eine Tür, ein Eingangstor. Schauen wir doch mal. Oh, der Übelator! Oh Gott, wir sind so nah dran an dem Übelator. Ich fass es nicht. Der Strom ist weg. Nein, warum ist der Strom weg? Das ist nicht gut. Kein Strom, wie es aussieht. Tja, dann müssen wir den Strom wohl irgendwie einschalten, denke ich mal. Das Mistding bewegt sich nicht. Ich vermute, ich muss erst den Strom wieder einschalten. Das vermute ich auch. Da steht Energie ausgeschaltet. Was können wir tun, um die Energie wieder einzuschalten? Oh, da ist eine Tafel. Ui, wir haben hier Nischen. Was können wir da reintun? Ich habe schon so eine Idee. Eine Vertiefung. Können wir vielleicht... Oh, wir haben doch diese schicken Kristalle hier. Die können wir doch bestimmt da reinstecken, oder? Ich wusste, die würden nochmal ganz nützlich sein. Oh. Wer hätte es gedacht, dass die da reinpassen? Einfach mal Just-Verfahren irgendwo reinstecken. Schauen wir mal. Oh, sie leuchten. Das könnte wahrscheinlich bedeuten, dass wir sie an die wichtige Stelle gesetzt haben. Ich versuche es mal so. Nein, dann leuchtet es nicht mehr. Gut, dann wird das wohl so richtig sein. Uns fehlt leider! Warum fehlt uns ein Kristall? Neun! Was habe ich übersehen? Wo ist der letzte Kristall? Ich habe ihn nicht. Ich habe nur drei. Gut, dann müssen wir erstmal hier wieder raus. Und wo kriegen wir denn jetzt den letzten Kristall her? Gut, dann gehen wir erstmal wieder zurück. Im Zimmer von Miss Gunst wird er wahrscheinlich nicht sein. Moment! Mir fällt gerade noch was ein. Da war ja noch... Da war doch noch was mit dieser Gargoyl-Statue. War da nicht irgendwas? Die verschlossen war? Die müssen wir doch irgendwie aufkriegen. Wir haben uns da ja gar nicht mehr weiter beschäftigt, weil ich hatte dann... Ja, diese ganzen Ereignisse, die kamen ja dann, haben sich so überschlagen. Soll ich jetzt mal... Ja, es ist ja einiges passiert so in den letzten Parts. Und dann ist mir... Ich weiß nicht, dann erschien mir das mit der Gargoyl... Gargoyl? Gott! Das ist ja nicht mehr wichtig und irgendwie müssen wir den ja aufkriegen. Bewegt sich kein Stück. Scheint von innen verschlossen zu sein. Aber irgendwie müssen wir das doch hinkriegen. Mir fällt gerade mal so auf, diese Füße von diesen Gargoyl-Statuen, die sehen so ein bisschen aus wie von diesen... Von diesen Candy-Spendern. Kennt ihr die noch? Diese... Ich weiß nicht, wie hießen die? Pads? Wie hießen die Pads? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich als Kind mal so ein Ding hatte. Diese Candy-Spender, wo man diese kleinen Candys drinnen hatte. Die so ein bisschen waren so wie Traubenzucker oder sowas. Das erinnert ihr euch noch an diese Dinge? Irgendwie, finde ich, sehen diese Füße gerade so aus wie diese Füße von diesen Spendern. Nur, dass sie nicht irgendeinen Charakter darstellen aus irgendeinem Film oder keine Ahnung was. Ähm, ja. Was können wir jetzt also hier tun? Gargoyl-Statue. War ich schon. Hab ich schon. Ist ja gut. Können wir nicht noch irgendwas anderes an dieser Gargoyl-Statue machen? Oh, warte, Moment. Wir können das Horn bewegen. Das hält mir jetzt erst auf. War das vorher auch schon? Oh. Okay. Jetzt guckt der Pöse auf den anderen rüber. Jetzt haben wir das Horn runtergedrückt. Und das ist beim anderen jetzt wieder erschienen. Können wir das jetzt aufmachen? Oh. Okay. Das ist natürlich fies. Das Horn verschwindet wieder, wenn wir uns dorthin bewegen wollen. Können wir vielleicht... Ich überlege gerade. Was können wir machen? Können wir vielleicht diese Gargoyl-Statue irgendwie austricksen? Also, dass wir von der anderen Seite kommen, was aber ein Umweg ist. Aber wir versuchen das einfach mal. Weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt nochmal da hinlaufe. Dann geht es wahrscheinlich wieder zu. Also, werde ich jetzt einfach den Umweg nehmen über das Badezimmer. Über das Badezimmer kommen wir ja wieder nach ganz unten. So, dann bitte einmal in den Luftschacht wieder mal. Das Badezimmer ist sehr meint. Wir fliegen sind schöner. Wir fliegen sind schöner. Oh, es ist so schwer. So. Gut. Dann gehen wir mal. Oh, da, 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 da. So, jetzt muss das doch funktionieren. Ah, guck mal an. Von der Seite funktioniert es. Hey! Doppel-Aha. Doppel-Aha. Ja, das denke ich auch gerade. Irgendwie habe ich mir das schon gedacht, dass dort der Kristall versteckt ist. Weil ich dachte mir, das Ding ist immer noch geschlossen. Es muss doch irgendwie aufgehen. Gut, ich habe es jetzt spät erst gemerkt, dass man das so öffnen kann. Aber hey, Leute, besser spät als Nili. Wir haben jetzt unseren letzten Kristall. Ein grüner Kristall. Das heißt, wir können wieder... Ja, jetzt ist mir das auch egal, bitte morgen. Wir haben jetzt unseren Kristall. Das heißt, wir können jetzt... ...wieder zurück zu dem Steuerzentrum gehen. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Ah, wir sind so kurz vorm Ende. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich bin auch total... Ah, ich werde so traurig sein. Ich will nicht, dass es vorbei geht. Ich weiß, das habe ich im letzten Part schon gesagt. Aber ich will nicht. Ich habe so viel Spaß an dem Spiel. Aber was will man machen? Alles findet irgendwann ein Ende. So, bitte einmal den letzten Kristall hier reinstecken. Mal, du bist ein Genie. Hallo, Energie. Und wir haben wieder Strom. Das heißt, wir können jetzt den Hebel benutzen. Voila. Bingo. Heureka. Et cetera. Et cetera. Damit ist das Warp-Gerät unser. So, Gefatter Widerlus. Ich habe dein Warp-Gerät. Und ich weiß, wie man damit umgeht. Naja, nicht ganz genau. Aber ich bin sicher, ich komme irgendwie damit klar. Ach, bestimmt. Und Widerlus kriegt nicht mal was davon mit. Das ist noch besser. Ui, was haben wir denn hier? Wack-Me-Tunix-Netzwerk-System. Beleuchtung an. Eingangs-Startrampe geschlossen. Deckenschleuse geschlossen. Überladung-Kraftwerk aktiviert. Warum ist das von Wack-Me? Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass ich hier was verändern muss. Dran. Ich denke mal, wir müssen die Startrampe und die Deckenschleuse öffnen. Und das Kraftfeld vom Übelator aus der Kraft setzen. Dann schauen wir doch mal. Gut, das haben wir schon mal deaktiviert. Ähm. Das war's, glaube ich, nicht. Nein. Oh, das ging schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Da ist der, Leute. Der Übelator. Wir können jetzt von hier verduften. Das hoffe ich zumindest. Oh. Endlich raus aus diesem Schloss. Ja. Ich hab's geschafft. Juhu. Na denn. Juhu. Wir können jetzt mit dem Übelator fliegen. Meinen Glückwunsch, Mr. Block. Ich habe sie natürlich erwartet. Glückwünsche? Ach was. Nicht nötig. Nicht nötig. So jämmerliche Sicherheitsmaßnahmen habe ich nicht mehr gesehen, seit ich das letzte Mal deine Schläger vor mir hatte. Ich muss zugeben, ich habe mehr von dir erwartet, widerlos. Und jetzt sag Tschüss zu deinem Apparat. Ein Moment noch, Mr. Block. Gib dir keine Mühe. Es gibt nichts, was mich überzeugen könnte. Nichts? Dann beantworte mir eine Frage. Warum willst du dich zu diesem idiotischen Ausflug hinreißen lassen, wenn ich dich doch einfach in deine Welt zurückschicken kann? Keine Chance. Ich habe genug davon. Aber, aber, Block. Ich sage das doch nur in deinem Interesse. Du erinnerst dich an dein kleines Missgeschick mit meiner Spritze. Die Zeit läuft ab. Das hier könnte deine letzte Chance sein. Ich brauche deine Hilfe nicht widerlos. Ich habe dein Urbgerät schon gefunden und jetzt werde ich dich vom Himmel fliegen. Halt! Ich befehle es. Ich bin noch nicht fertig. Du musst. Komm schon, du Mist-Eimer. Schneller! Da bist du ja widerlos. Und Fluffy ist auch da. Komm schon, komm schon. Ein kleines Stück noch. Mach gute Nacht. Ah! Halt durch, Flachs, kleiner Freund. Flachs! Flachs! Ich bin's! Flachs! Hallöchen mal, ein paar Freunde! Juhu! 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 Wo zum Kuckuck ist der hin? Ich habe dich fast gehandelt. Ich hab dich fast gehandelt. Vergib mir, Flachs. Das ist der einzige Weg. Wo bin ich? Ich fliege, ja! Ah! 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 Na Gott! Wo bist du hin, kleiner Freund? Ah! 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 Oh nein! Mal! Na, mag das Spaß oder was? Spaß? Ich stürze hier gerade zu Tode. Ach kommt schon, du Feige Nuss. Kein Tun ist je an einem kleinen Sturz gestorben. Obwohl dir das wahrscheinlich nicht viel hilft. Flaks! Es wird schlimmer. Widerlos hat mich mit Mutagen-Tinte vollgepumpt. Ich kann mich jeden Augenblick in einen Tun verwandeln. Selbst wenn mich der Fall nicht umbringt, bin ich hier für immer gefangen. Mal! Du bist verloren! Hör mir zu! Es gibt für mich nur noch eine einzige Hoffnung. Ich... Ich habe Widerlos dieses Warp-Gerät gestohlen. Es kann mich nach Hause bringen, Flaks. Oder es kann mich in handliche Hundefutterwürfel zerblasen. Aber wie auch immer, ich muss es benutzen. Jetzt! Warte! Nimm das hier mit! Ein transdimensionales Kommunikationsgerät. Damit wir in Verbindung bleiben. Danke, dass du mich gerettet hast. Und die ganze Welt! Ich fand's sau stark! Fand ich auch! Bis dann, kleiner Freund! Bis dann, kleiner Freund! Oh nein! Ich muss geträumt haben! Aber mein Traum, er hatte etwas zu bedeuten! Natürlich! Die Fluffy Schnuckelhäschen Show braucht nicht noch mehr Hoppelhäschen! Was die Fluffy Schnuckelhäschen Show wirklich braucht, ist Flaks wie Willen! Ja! Schau ein, schau an, Block. Sie sind früh dran. Was ist denn mit Ihnen los? Ich hab' ne kleine Nachtschicht gefahren. Hm. Aber tun Sie mir einen Gefallen runter mit den Stoppeln. Mhm. Und jetzt zeigen Sie mir die Hasenbande. Eigentlich, Sir, habe ich Ihnen etwas Besseres als Häschen mitgebracht. Was soll das heißen, Besseres als Häschen? Wovon zum Teufel faseln Sie da? Ich spreche von... Flaks wie wild! Flaks was? Wie wild, Sir! Flaks wie wild! Dieser kleine Racker ist genau die belebende Injektion, die Sie selbst für die Fluffy Show gefordert haben, Sir! Ich glaube, Flaks wie wild würde es wohl eher bezeichnen als einen... ...Tritt in die alte Sitzkiste! Sehen Sie hier, Sir! Flaks ist locker! Er ist sarkastisch! Er ist verspielt! Er wird der Laurel zu Fluffys Harley! Der Costello zu Fluffys Herbert! Das Yin zu Fluffys Yang! He he he! Flaks und Fluffy! He he! Laurel und Hardy! He he! He he! Yin und Yang! Yang? Yang? Block! Ich war immer sehr nachsichtig bei Ihren kleinen Dummheiten. Aber das hier, das ist unentschuldbar! Wollen Sie ganz alleine alles niederreißen, was Fluffy uns in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat? Ja? Wollen Sie das, Block? Nein, 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 Sir, aber... Dann schlage ich vor, Sie tun, was ich Ihnen aufgetragen habe. Entwerfen Sie den größten stummelschwänzigen Wurf von niedlichen knuffeligen Hasenbabys, der je gezeichnet wurde bis morgen früh. Sonst werden Sie merken, dass Sie es sind, der den Tritt in die alte Sitzkiste bekommt. Ja, Sir. Danke, Sir. Tut mir leid, Kumpel. Ich habe es versucht, wirklich versucht. Ich wünschte es lieber einen Weg, wie ich es an dir gut machen kann. Guck mal, mal! Flux? Wir stecken bis zum Hals in der Pampe! Stecken wir? Widerlos und Fluffy, sie leben noch! Du musst uns helfen! Ich mache es, aber warte, warte mal, wie komme ich denn dahin? Na ja, dank Widerlust Mutter Gen-Tinte sollte das kein Problem sein. Nicht? Oh... Was zum... Das war's? Ernsthaft jetzt? Was, 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 was... Was ist das für ein Ende? Ich habe es geschafft. Ich habe es tatsächlich geschafft, das Spiel durchzuspielen. Nach... Nach... Keine Ahnung... Wie viel Jahren? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es ja damals nie durchgespielt, wie ihr wisst. Und jetzt war's das. Nach diesem... Wundervollen... Abspann... Ich meine, das war ein guter Abspann, aber... What? Was war das für ein Ende? Leute, habt ihr mit so einem Ende gerechnet? Also, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen leicht, aber ein bisschen leicht enttäuscht von diesem Ende? Ich weiß nicht. Also, kommt mir das nur so vor? Oder seid ihr auch enttäuscht von diesem Ende? Schreibt's doch einfach mal in die Comic Box, wie ihr das Ende findet jetzt von diesem Spiel. Ich finde, das ist so ziemlich... Das ist voll der Cliffhanger. So nach dem Motto, er schreit förmlich nach einer Fortsetzung, weil... Wir wissen nicht... Schaffen... Mal und Flux ist jetzt... Fiderlust und Fluffy aufzuhalten, weil sie leben ja doch. Schaffen sie es oder schaffen sie es nicht? Wir werden... Nie erfahren. Leider. Weil... Es kam ja nie ein zweiter Teil. Blöderweise. Sonst, wenn es einen zweiten Teil davon geben würde... Dann hätte ich den natürlich auch gespielt. Dann hätten wir gewusst, wie es weitergeht. Aber... Es kam ja dummerweise nie einer. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht ist das Spiel damals einfach nicht... gut angekommen. Ich weiß es ja nicht. Ich finde, das Name hat es verkauft. Und meine... 1996. Das ist schon... ewig her. Und... Ja. Ja, es ist schon ganz lange her. Also das Spiel ist mittlerweile schon... Meine Gott. Ja. Es ist schon recht alt. Über 20 Jahre ist dieses Spiel mittlerweile schon alt. Und... Und... Ja. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ich hoffe, es euch hat das Let's Play gefallen. Ich bin traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ich wollte nicht, dass es vorbei ist. Geht. Aber es hat super mega viel Spaß gemacht. Und... Ja. Ich hoffe, ihr habt das auch so gesehen. Wie gesagt, schreibt mir in die Comibox, wenn euch dieses Let's Play gefallen hat. Ich bin so traurig. Ich will nicht. Haha. Aber es hat wirklich sehr Spaß gemacht. Und... Ich hoffe, ihr werdet auch bei meinem nächsten Let's Play Projekt dabei sein. Und... Ja. Ich würde sagen, das war's dann von mir und der verrückten Welt von Toonstruck. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass euch dieses Let's Play gefallen hat. Und... Ja. Mal schauen, was dann als nächstes kommt. Und ja, das war's soweit von mir. Und wir sehen uns zum nächsten Let's Play Projekt wieder. Also, bis dann!